Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute möchten wir mal mit dir darüber sprechen, warum so viele deiner Kommilitonen bereits ein Praktikum für 2024, also für diesen Sommer, für diesen Herbst oder vielleicht auch schon für diesen Winter, sicher haben. Und genau, mein Name ist David Döbelin, neben mir sitzt Jonas Stegi. Jonas, warum können wir zu dieser Thematik ein, zwei Sätze erzählen? Wir beide haben vor mittlerweile knapp vier Jahren die Pumpkin Gears GmbH gegründet und arbeiten heute mit über tausend Studierenden aktiv gemeinsam daran, dass sie ihre hohen ambitionierten ruflichen Ziele erreichen. Das sind häufig Karrieren, die angestrebt werden im wirtschaftlichen Bereich, haben aber auch Leute in vielen anderen naheliegenden Bereichen, dem Ingenieursbereich, Jura und so weiter und so fort, die wir dabei unterstützen, das Ganze Schritt für Schritt zu erreichen. Wir machen das Ganze mit knapp 15 Leuten hier mit unserem Team aus Frankfurt. Wir haben auch zahlreiche Unternehmenspartnerschaften, arbeiten mit Hochschulen aus dem Bereich zusammen und so weiter und so fort. Und man muss sagen, insbesondere in diesem wirtschaftlichen Bereich, insbesondere in dem Bereich auch nochmal Unternehmensberatung, M&A und so weiter. Da ist es schon jetzt immer noch aktuell so, dass der Markt sich jetzt noch nicht wirklich erholt hat, sondern es ist so, dass tendenziell weniger Praktikumsstellen ausgeschrieben werden oder teilweise sogar, ja, also ich habe zum Beispiel die Tage von einer Strategieberatung gehört, die jetzt bis April keine Interviews mehr macht, weil sie praktisch damit jetzt erstmal fein sind. Also da kannst du dich jetzt noch so munter bewerben, noch so gute Unterlagen haben und so weiter und so fort. Das wird nichts bringen. Und das ist, ja, oder führt dann dazu, dass wir unseren Teilnehmenden typischerweise vielfach empfohlen haben, sich ein bisschen früher zu bewerben, weil es ist natürlich gerade für diese ersten Praktika häufig so, dass man sich bei Unternehmen bewirbt, die jetzt nicht unendlich viele Plätze haben, sondern die haben eine ganz klare Vorgabe, wie viele Leute sie suchen. Und wenn die voll sind, sind sie halt voll. So, und das ist natürlich ein Rennen, das kann sich unendlich nach vorne liefern, aber bei uns ist es typischerweise so, dass wir zum Beispiel den Leuten empfehlen, wenn sie sich in Richtung Investmentbanking bewerben, häufig eher in Richtung neun Monate sogar zu gehen, auch schon für erste Praktika. Und in Richtung Unternehmensberatung ist es auch teilweise so, dass es in die Richtung läuft, aber so sechs Monate ist es auch ein guter Richtwert. Und dann ist es natürlich so, dass man immer so ein bisschen guckt mit Klausurenphase und so weiter und so fort. Du willst dich jetzt nicht so bewerben, dass du mitten in der Klausurenphase irgendwie jetzt noch ein Interview hast und so weiter und so fort. Das heißt, es ist jetzt vielfach so gewesen, dass viele unserer Teilnehmenden zum Beispiel sich halt dann Ende 2023 darum gekümmert haben, weil sie jetzt, wenn man sich jetzt halt noch bewirbt und so weiter, läuft man in die Klausurenphasen rein. Und das ist natürlich, also sollte man vermeiden, gerade wenn das jetzt eine der ersten Klausurenphasen irgendwo ist. Deswegen, wenn die Leute uns was gefragt haben, haben wir ihnen das halt typischerweise sehr explizit auch empfohlen. Und dann sind die halt häufig halt schon durch. Nach den Klausuren haben sie dann auch häufiger mal ein Praktikum, hängt ein bisschen von der Hochschule natürlich ab und können da dann ganz entspannt reingehen. Je nachdem kümmert man sich dann natürlich vielleicht so langsam, je nach beruflichen Ziel, irgendwie für ein Praktikum dann, was dann in einem Jahr ungefähr startet. Aber das ist dann jetzt noch nicht so ganz erforderlich. Und das ist natürlich am Ende so ein bisschen der Grund, dass einige Leute halt genau das erkannt haben, und dass du weniger Plätze hast und so weiter und so fort, dass viele schon ein Praktikum haben für diesen Zeitraum. Und es sehr gut sein kann, dass es jetzt auf gar keinen Fall unmöglich ist oder sonst irgendwas, jetzt auch zum Sommer was zu bekommen, aber dass das zumindest ein bisschen schwieriger wird. Genau. Und es ist natürlich die Frage, okay, wie geht man damit um? Also sagt man jetzt auch, das ist alles so unfair, das ist alles so doof? Oder sagt man, okay, das hat jetzt halt bisher noch nicht so gut geklappt, vielleicht hast du auch schon mal Bewerbung rausgeschickt, aber es hat nicht geklappt? Dann ist wirklich unsere Empfehlung, selbst wenn du jetzt in eine Klausurenphase reinläufst, dass dich bitte jetzt darum kümmerst. Weil ganz ehrlich so, wenn du jetzt bis April irgendwie wartest, vor allem wenn du vielleicht für den Sommer noch irgendwas sichern möchtest, das wird halt immer, immer schwieriger. Und da musst du jetzt einfach dann bereit sein, diese Extraschichten auch einzulegen, zu sagen, okay, guck, dann wird halt acht Stunden gelernt und dann wird halt noch zweieinhalb Stunden sich auf das Interview vorbereiten. Dann mache ich halt nicht so oft was mit meinen Freunden oder so. Gehe ich vielleicht mal nicht jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio oder was auch immer du machst, sondern schaust halt mal, dass du deinen Alltag wirklich auf Effizienz jetzt trimst für anderthalb Monate. Damit du da halt noch im Sommer was bekommst, weil es war, sag ich mal, 2020, wo Covid irgendwie war, hatten wir genau das gleiche Thema. Oder es war noch viel extremer. Jetzt haben ein paar Firmen Hiring-Freeze, damals hatten alle Firmen Hiring-Freeze gefühlt. Aber da haben dann auch die Leute, die irgendein Praktikum im Sommer bekommen haben, hatten dann allen anderen gegenüber einen massiven Vorteil, die dann nur zu Hause saßen und gesagt haben, es wird eh nichts, ich zock den ganzen Sommer nur Computerspiele oder was auch immer. Und genau das Gleiche ist halt auch bei dir. Natürlich ist es jetzt gerade noch so, dass der Markt unsicher ist. Also viele Leute, mit denen wir sprechen, die gehen davon aus, dass es 2024 wieder entspannter wird, der Markt, dass es wieder nach oben geht. Aber gerade ist es halt noch verhalten. Das heißt, die Firmen, die tun sich schwer. Also wenn wir jetzt auf den Weihnachtsfeiern waren, über den Dezember hinweg bei den Firmen, da haben die uns auch gesagt, ja David, wir sind uns gerade nicht so sicher. Wir wollen jetzt auch nicht massiv viel einstellen, weil wir wissen jetzt auch nicht so ganz, okay, wie laufen die Projekte nächstes Jahr. Da ist halt so eine allgemeine Unsicherheit gerade. Das kann sich schnell ändern, aber ich würde nicht hoffen, dass es sich ändert. Ich würde gucken, wie kannst du dir in dieser aktuellen Marktsituation halt trotzdem was sichern, weil sich nichts zu sicher nichts zu machen ist, wenn du wirklich Ambitionen hast, eigentlich keine Alternative. Ja, genau. Und das ist natürlich dann so ein bisschen das Thema immer. Du brauchst halt diese Effizienz. Und das ist was, was, also gerade am Anfang, du hast super viele Themen, gerade wenn du jetzt am Anfang des Studiums bist, irgendwie kommst du da irgendwie rein und so weiter und so fort. Und wir sagen, haben das eigentlich auch dir vermutlich vorher schon ein paar Mal gesagt, aber vielleicht hast du jetzt auch nochmal stärker am eigenen Leib gespürt. Hier Uni, dann Initiative, und es ist manchmal nicht so, dass wir jetzt dafür sorgen, dass wenn du nicht die ganze Zeit der Welt hättest, dass du in dem Bereich nicht auf ein ähnliches Ergebnis kommst. Also typischerweise erzielen wir schon noch bessere Ergebnisse und so weiter und so fort, aber häufig ist selbst das nicht mal mehr unbedingt der Fall. Aber du kriegst halt die Informationen direkt und für dich angepasst und hast halt diese ganzen Ineffizienzen nicht. Und gerade am Anfang, aber auch im Laufe des Studiums kostet dich das einfach immer ein, zwei Schritte, die du jetzt schon weiter sein könntest, wenn du alle Faktoren mit berücksichtigen könntest und nicht nur ein paar. Weil typischerweise, wenn du dich halt in alles selbst reinfinden musst, nicht die Unterstützung hast, auch nicht durch ein entsprechendes Netzwerk und so weiter und so fort, dann ist es halt häufig so, dass du einfach jeden Schritt ein bisschen langsamer gehst, als er irgendwo möglich wäre. Und das ist ja sehr, sehr gefährlich und ist auch sehr, sehr ärgerlich, weil am Ende verlierst du dadurch viel mehr Geld, viel mehr Ressourcen und so weiter und so fort, als du jemals bei uns irgendwie annähernd investieren könntest. Genau und das ist halt sehr fahrlässig. Also ich meine, wenn du jetzt in der letzten Zeit das schon irgendwie alleine versucht hast irgendwie und es klappt noch nicht so bisher oder selbst wenn es bisher gut läuft, dann stell sicher, dass es weiterhin gut läuft und komm da einfach zu uns. Es gibt noch genug Firmen, die freie Plätze haben. Wir haben so allumfassende Listen irgendwie mit Firmen. Wir haben durch unser Netzwerk immer auch die Möglichkeit, wenn kurzfristig nochmal irgendwas frei wird, dir dann auch immer direkt Bescheid zu geben und sowas kann sich auch ergeben. Wenn du wirklich sagst, ich will jetzt alles rausholen für das Jahr 2024, dann komm gerne zu uns, lass uns da gemeinsam loslegen. Wir haben noch ein paar Plätze frei bei uns im Coaching, jetzt auch im Januar, Februar, von dem her komm zu uns. Mehr Informationen zu uns und Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten, findest du auf unserer Webseite, von dem her macht das sehr, sehr gerne mal einen Termin aus. Und dann sehen und sprechen wir uns bald und wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David. Und dann sehen wir uns bald.